Moin, ich bin Tilman von der Radlbande. Das Lovins Explorer ist ein sehr schickes Lastenrad. Aber ist es auch ein gutes Lastenrad? Das wollen wir in diesem Video einmal bewerten. Könnt ihr euch noch an das erste Video zu diesem Fahrrad erinnern? Es war dunkel, es war grau und es war nass. Wenn ihr also mich leiden sehen wollt vor der Kamera und alle Details zu diesem Fahrrad wissen wollt, dann geht es mal auf diesen Kanal. Klickt auf das Video, das ich hier oben verlinke, denn dort findet ihr alle Daten und Fakten und Details. Dinge, auf die ich in diesem Video nicht mehr so im einzelnen eingehen werde. Und dann kommt zurück und guckt dieses Video weiter. Denn in den letzten Wochen sind wir das Lovins Explorer im Alltag gefahren als Familie ohne Auto. Das heißt, ich bin hauptsächlich damit gefahren. Lea hat so ein, zwei, drei kurze Strecken damit gedreht. Deswegen bin auch ich derjenige, der euch hauptsächlich darüber erzählen wird, wie er das Rad findet. Wir haben damit alles gemacht, was wir als Familie ohne Auto eben so machen müssen. Wir haben die Kinder in die Betreuung gebracht, wir haben eingekauft, wir haben so kleinere Ausflüge damit gemacht. Allerdings war das Wetter auch nicht unbedingt immer gnädig mit uns in den letzten Wochen. Drei Alternativen habe ich für euch, alle drei aus den Niederlanden. Erstmal das Carcon Cruise. Das hat ebenfalls eine EPP Box, ebenfalls den Bosch Cargoline Motor und Riemen. Ist vorne gefedert, hat eine etwas sportlichere Sitzposition, nicht ganz so aufrecht wie bei diesem Fahrrad. Dann das Gazelle Maki Load. Das hat ebenfalls eine EPP Box, ist ebenfalls vorne gefedert und hat im Grunde das gleiche Konzept, den gleichen Aufbau. Kommt aber nicht mit dem Cargoline Motor, sondern mit dem Performance Line Motor. Und als dritten Kandidaten natürlich den Klassiker das Urban Aero Family. Und dieses Rad ist dem Urban Aero Family erstaunlich ähnlich, hat aber noch einige Features, die das Urban Aero nicht bietet, ist aber natürlich der Klassiker in diesem Bereich. Und diese Ähnlichkeit kommt auch nicht von ungefähr, denn Optima Cycles ist ein Hersteller von Urban Aero Fahrrädern. Die produzieren die Rahmen, die machen die Endmontage und diesen Zusammenhang, den finde ich sehr interessant. Diese drei Räder sind also so das Marktumfeld des Lovense Explorer. Wir werden das Bike in diesem Video einmal nach der Radlbande Bewertungsmatrix bewerten. Das sind zwei übergeordnete Kategorien und dort jeweils fünf Kriterien. Und wir beginnen mit der Kategorie Fahrrad und hier mit der Fahrdynamik. Hier geht es um Motor, Antrieb, Kurvenlage etc. Und das Lovense Explorer lässt sich erstaunlich flott im Alltag bewegen. Das liegt erstmal an der sehr leichtgängigen Lenkung, die auch quasi eins zu eins übersetzt ist. Das heißt, man hat ein sehr natürliches Fahrgefühl, das bisweilen aber auch etwas sehr zackig ist. Das liegt daran, weil hier kein Lenkungsdämpfer verbaut ist. Man muss sich also erstmal so ein bisschen dran gewöhnen an diese direkte Lenkung. Wenn man von einem normalen Fahrrad kommt, dann wird man wenig Umgewöhnungszeit haben. Wenn man von einem schwereren Lastenrad kommt, das sich schwerer lenken lässt, dann ist das allerdings am Anfang schon erstmal ungewöhnlich, dass es wirklich sofort einlenkt. Aber das führt dazu, dass man das sehr agil fahren kann und trotz dieser aufrechten Sitzposition kann man wirklich sich in die Kurve legen und also Kurvenfahrten etc. gelingen mit dem Lovense Explorer richtig flott. Man kann nicht so viel Kraft aus Pedal bringen, wenn man da drauf sitzt, einfach durch diese aufrechte Sitzposition. Aber der Motor macht einen richtig guten Job. Den kann so schnell nichts stoppen. Mit den 85 Newtonmeter geht der richtig nach vorne. Und die Enviolo passt natürlich hervorragend zu diesem Konzept Fahrrad, es etwas gemütlicher angehen lassen zu können. Aber die Grundübersetzung ist sehr gut gewählt, finde ich. Also man kommt auch in einen sehr leichten Gang für eine schnelle Beschleunigung, auch für gute Bergfahrten, so die Berge, die wir halt hier haben. Allerdings ist man auch im höheren Geschwindigkeitsbereich schnell genug und kann langsam genug treten, auch wenn es mal bergab geht. Auch bei Bergabfahrten, also so mit 40-45 kmh, neigt das Rad nicht zum Flattern, sondern das Vorderrad ist auch dank dieser Federung vorne immer gut mit dem Boden verbunden. Das hat mir wirklich gut gefallen und ist damit auch ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu anderen Lastenrädern, die so eine aufrechte Sitzposition haben. Da fährt sich das wirklich sehr agil, überraschend agil. Die Bremsen haben mich überrascht. Die sind mehr als ausreichend kräftig, haben einen guten Druckpunkt und der Hebel ist deutlich leichter in der Bedienung als bei dem großen Bruder der TRP C 2.3 Bremse, obwohl sie im wesentlichen den gleichen Aufbau haben. Also da finde ich die TRECTRO Auriga Plus wirklich gut gelungen. Über schlechte Untergründe, Schotter oder Baumwurzeln fährt das Lovance Explorer eine ganze Ecke besser als zum Beispiel das Urban Arrow, das ja nun gar nicht gefedert ist, aber auch nicht ganz so komfortabel wie das Carcon Cruise, auf dem man einfach etwas sportlicher sitzt, das mal etwas mehr Federweg nach vorne hat. Sowohl Lea als auch ich konnten auf diesem Rad bequem sitzen. Die Sitzhöhe ist für kleine Menschen auch sehr gut geeignet. Was Lea aufgefallen ist, der Abstand zwischen Lenker und Sattel, der ist niedriger als bei anderen Lastenrädern, gerade wenn man so hier zwischensteigt und dann von hier aus auf den Sattel steigt. Wenn man mit dem Rad fährt und über irgendwelche Unebenheiten fährt, irgendwelche Kannsteine runter fährt oder sich in die Kurve legt, dann ist es mir nicht einmal vorgekommen, dass irgendwas auf dem Boden aufkommt. Ihr habt aber zurecht eine Beobachtung gemacht in den Kommentaren unter dem ersten Video und damit sind wir jetzt bei dem zweiten Kriterium, nämlich Design und Konstruktion. Ich persönlich und auch Lea finden, dass das ein sehr hübsches Rad ist. Gerade mit diesem LED Streifen vorne ist es auch noch eine sehr imposante Erscheinung. Es ist ein echter Hingucker und auch wenn Jan vom Backfeeds Blog das anders sieht, ich finde es sieht leichter aus als es ist und es sieht nicht aus wie ein schwerer Trumm, der aber tatsächlich ist mit 50 Kilogramm Eigengewicht. Aber hier dieses dieses hohe Leergewicht liegt eben an dieser stabilen Konstruktion, an diesen massiven Rohren, die hier besonders hinten am Rahmen sichtbar sind. Interessant finde ich dann, dass nach vorne hin keinerlei Rahmen mehr sichtbar ist. Tatsächlich ist das hier EPP und das hier ist Kunststoff. Das heißt, das ist kein Metall, auch wenn es auf den ersten Blick danach aussieht. Das Ganze ist dann von hier auf der Innenseite mit einem langen Rohr nach vorne geführt und geht dann so traversenartig zur Seite, um dann diese Box zu halten. Und natürlich kommt dann hier oben dieses obere Rahmenteil dazu, dass dieser gesamten Box dann noch mal mehr Stabilität gibt. Also von der Konstruktion finde ich das sehr spannend. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, so hätte das neue Urban Arrow aussehen können. Also eine konsequente Weiterentwicklung eines klassischen Backfeeds Designs. Allerdings hat dieses Styling in der Praxis auch noch ein paar Nachteile, aber dazu kommen wir später noch. Jetzt kommen wir zu dem Corpus Delicti. Ein Kommentar, der von mehreren unter dem ersten Video gemacht wurde. Nämlich die Konstruktion hier der Lenkung. Dieses Teil hier, dieser hintere Lenkteller, der ist tatsächlich relativ niedrig. Der ist gerade mal 16 cm vom Boden entfernt, wenn das Rad steht. Ich habe mal geguckt, so ein typischer Kannstein ist zwischen 14 und 15 cm hoch. Allerdings könnte es natürlich bei größeren Kannsteinen oder bei wirklich sehr hohen Wurzelhuppeln dazu kommen, dass dieser Lenkteller aufschlägt. Und den hätte man also noch mal etwas anders integrieren können. Es ist mir aber, wie gesagt, in der Praxis nicht einmal vorgekommen, dass der irgendwo aufgekommen wäre. Sie ist mit voll beladenem Rad und einer relativ steilen Garagenabfahrt. Ein kleines Detail, wo ihr aufpassen müsst. Hier ist ja der Tritt und der ist auf einer Ebene mit dem Boden der Box. Das heißt, hier können Dinge rausfallen, wenn ihr zum Beispiel euer Kettenschloss hier unten reinschmeißt, dann könntest du durch die Vibration hier aus der Box fallen. Da müsst ihr aufpassen. Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, diese Box knarzt nicht. Kein bisschen. Und das liegt auch wahrscheinlich daran, dass hier solche Schaumstoffstreifen eingearbeitet worden sind, damit eben nicht das EPP direkt auch neben Aluminium knarzt. Das ist eine coole Idee. Und in Sachen Konnektivität ist es natürlich super, dass sowohl das smarte System als auch Lovenz eine eigene App hat, mit der man das Fahrrad digital managen kann. Es funktioniert aber auch komplett ohne App. Das ist auch eine gute Nachricht. Also designtechnisch und konstruktiv ist es die konsequente Weiterentwicklung eines klassischen Bugfeeds-Prinzips. Es ist allerdings nicht ganz so praktisch. Kommen wir zum nächsten Punkt, zur Ausstattung. Die Griffe sind insgesamt etwas billig und etwas dünn, fassen sich nicht so gut an, sollten aber lange halten. Der Sattel, den findet man auch bei vielen anderen Lastenrädern. Der hat hier so einen praktischen Griff, ist angenehm breit. An dem habe ich im Grunde nichts auszusetzen. Die Pedale, die wirken wiederum etwas günstig, sind komplett aus Kunststoff, machen aber an sich einen guten Eindruck. Wenn ihr Probleme mit den Pedalen habt, dann empfehle ich euch Motopedale. Ihr findet da einen Rabattlink unten in der Videobeschreibung. Die sind sehr spannend. Die Klinge, die wirkt ein bisschen billig, ein bisschen klapprig, die klingt auch nicht so dolle. Und dieses System hier, der verstellbare Vorbau, der wirkt hochwertig, der wirkt schon ziemlich massiv und ist einfach in der Bedienung. Das smarte System und das Kiox 300 ist dann ebenfalls noch mal auf der Haben-Seite und auch die restliche Ausstattung passt. Das Licht, das ist insgesamt gut gewählt. Mehr dazu aber später bei dem Punkt Sicherheit. Ein Punkt, den man selten sieht, sind Schutzbleche, die lang genug sind. Und die hier sind nicht nur lang genug, sondern wirken auch sehr hochwertig. Hier hinten gehen sie knapp bis zur Hälfte des Hinterrads. Das ist schon deutlich länger als bei den meisten anderen Rädern. Und auch vorne ist das Schutzblech eine ganze Ecke länger als bei anderen Long John's, aber immer noch ein bisschen zu kurz. Da würde ich trotzdem immer noch mal mit so einem Schmutzlappen arbeiten. Von der sonstigen Ausstattung, der 545 Wattstunden Akku, der ist richtig schön groß, reicht für Reichweiten um und bei 50 Kilometern, je nachdem mit wie viel Beladung, wie viel Wind und wo ihr fahrt. Und eine gute Ergänzung ist, dass der Riemen immer mit dabei ist. Das macht das Rad hochwertiger und richtig schön wartungsarm. Also insgesamt ist die Ausstattung in Ordnung, aber bei dem Preis hätte ich bei dem einen oder anderen Punkt doch etwas mehr erwartet. Und genau darum geht es jetzt ums Finanzielle. Das Lowwinds Explorer S85 ist in der Grundausstattung etwas günstiger als ein vergleichbares Urban Aero Family mit dem Cargoline Motor. Dieses hat dann aber diese Federgabel, hat die Seilzuglenkung und hat schon das smarte System an Bord, was schon echt für dieses Fahrrad spricht. Es ist allerdings deutlich teurer sowohl als das Carcon Cruise und erst recht deutlich teurer als das Gazelle Mackie, das allerdings einen schwächeren Motor hat. Allerdings gibt es hier den Vorteil, dass man auch hier weniger starke Motoren auswählen kann und damit einiges an Geld sparen kann und die dann auch ausreichen, je nachdem wo ihr eben lebt. Das Lowwinds Explorer befindet sich irgendwo in der oberen Mittelklasse der großen Familien Long John's. Es ist definitiv kein Preishit, es gibt deutlich günstigere Räder, die genauso viel können wie dieses Rad hier. Die haben dann aber eventuell nicht diese Ausstattung oder diese Verarbeitung dieses Fahrrads, denn darum geht es jetzt. Qualität und Wartung. Erstmal haben wir hier einen gut gemachten Rahmen mit schönen Rohrprofilen. Die Verbindung zwischen den Rohren, die sehen insgesamt gut aus und das ganze Rad fühlt sich auch sehr stabil an. Ich hatte auch keine Störgeräusche beim Fahren irgendwie, die von einer schlechten Montage oder einer schlechten Verarbeitung zeugen. Auch die Lackierung ist insgesamt gut gelungen. Wir haben hier so ein schönes Satin Finish, also es ist nicht ganz glänzend, aber auch nicht ganz matt mit so einem, ja mit solchen leichten Glitzerperlen da drin. Und der Rahmen hat wirklich einige schöne Details. Auch die Federgabel vorne, die RST Porter, das ist das erste Mal, dass ich diese Federgabel im Test hatte. Die hat einen guten Eindruck gemacht, das poltert nicht, das klappert nicht, sondern die federt einfach zuverlässig ein. Und zumindest in der Zeit, wie ich das Rad jetzt testen konnte, ist da auch kein größerer Verschleiß entstanden. Das Rad ist insgesamt sehr wartungsarm. Wir haben nur wenig Elemente, die regelmäßiger Pflege bedürfen. Die Seilzuglenkung ist zwar insgesamt gut geschützt, aber trotzdem hatte ich nach den ersten Regen- und Matschfahrten so ein Knarzen aus dem Lenkteller vorne. Also offenbar ist da doch etwas Dreck reingeflogen. Durch diese langen Schutzbleche bleibt das Rad aber insgesamt schon relativ sauber. Die Auswahl der Komponenten ist insgesamt so, dass so ziemlich jeder Fahrradhändler, jeder E-Bike-Händler damit klarkommt. Bosch-Motor, Enviolo, Gates-Riemen etc. Das ist keine Rocket Science. Allerdings ist das offizielle Händler- und Service-Netz von Lovinz noch relativ dünn. Insgesamt ist das Lovinz Explorer also ein Rad aus der Kategorie draufsetzen, einschalten, glücklich sein und sich keine weiteren Sorgen drum machen. Denn vom gesamten Aufbau und von der Auswahl der Komponenten ist es ein langlebiges Rad, das wirklich nur wenig Aufmerksamkeit fordert. Kommen wir nun zur Kategorie Lastenrad und hier zu dem Punkt Variabilität. Das Lovinz Explorer ist ein Rad für Familien und hat eine relativ geringe Variabilität. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Denn auch wenn hier oben ein riesig langer Rahmen ist, eine richtig große Box ist, ist die Nutzbarkeit der Box hier unten relativ begrenzt. 35 cm breit ist diese Box lediglich und ist hier sehr flach ansteigend. Das heißt, wenn hier Kinder drin sitzen oder wenn diese Bank montiert ist, dann kann man nicht einfach eine Eurobox oder so reinstellen. Und selbst wenn man die Bank ausbauen würde, wäre kein Platz für eine Eurobox, weil die Box einfach unten ein bisschen zu schmal ist. Sie lässt sich natürlich naturgemäß auch nicht einfach abbauen und dann mit einer flachen Ladefläche weiterfahren, sondern das hier ist die Box. Das hier ist die komplette Ladekonstruktion des Lovinz Explorer. Einkäufe haben wir deswegen einfach mit Tüten gemacht, die wir dann hier in die Box reingestellt haben. Das hat dann noch gut geklappt, aber eine Einkaufskiste oder ähnliches könnt ihr hier mit dem Lovinz nicht verwenden und ich würde es auch nicht für einen Handwerker oder so empfehlen. Eine Sache, die allerdings gut ist, jetzt hier allerdings nicht verbaut ist, deswegen kann ich euch das gar nicht zeigen mit der schönen Red Ribane Tasche, ist der Gepäckträger. Der SB 27 Kilogramm freigegeben, hat ein MIG HD System, ist damit für viele Sachen verwendbar und fügt sich insgesamt auch gut in das Gesamtbild von dem Lovinz Explorer ein. Und man könnte auch noch eine Anhängerkupplung befestigen, wenn man einfach noch mehr Raum braucht. Also insgesamt ist das ein Rad für den Transport von Kindern und wie Kinder hier drin sitzen, das gucken wir uns jetzt an. Die Sitzposition in dieser Box lässt sich am ehesten mit Roadsterfeeling beschreiben. Die Kinder haben eine niedrige Schulterlinie, haben eine niedrige Rückenlehne und haben auch keine Kopfstützen. Das heißt, Nappy Time ist in dieser Box nicht unbedingt angesagt. Die Kinder können sich nämlich nirgendwo so richtig gut anlehnen. Diese Gurte, die sind relativ niedrig angebracht, aber sie rutschen trotzdem nicht von den Schultern der Kinder. Auch der Einschnappmechanismus, der gefällt mir insgesamt gut. Hier die Rückenlehne ist wirklich angenehm gepolstert, das ist wirklich sehr schön. Und auch die Schulterbreite hier oben, die ist sehr schön breit, auch für größere Kinder. Also meine Kinder wollten sehr gerne damit fahren. Die haben das gemocht. Wenn die Kinder hier drin sitzen, bleibt allerdings wenig Platz für die Füße bei nur 35 cm Bodenbreite. Und gerade dann, wenn eine zweite Sitzbank eingebaut ist, dann dürfte sich dieses Problem nochmal ein bisschen verschärfen. Es ist insgesamt aber schon cool, dass es hier auch eine Maxi-Cosi Halterung gibt, wo der Maxi-Cosi auch wirklich gesichert hier drin sitzt und nicht irgendeine andere Weberschale oder ähnliches verwendet werden muss. Meines Erachtens könnte die Sitzbank etwas niedriger montiert sein. Dann hätten die Kinder zwar etwas stärker angewinkelte Beine, aber die Schulterlinie wäre ein bisschen höher und der Schwerpunkt beim Fahren, wenn Kinder hier drin sitzen, wäre nochmal eine ganze Ecke niedriger. Und natürlich, ich denke mal hier hinten, hinter diesen EPP-Teilen ließen sich auch Kopfstützen oder ähnliches relativ einfach nachrüsten. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Und im nächsten Punkt geht es ums Zubehör, denn das Zubehör macht das Lastenrad. Wir hatten für den Test jetzt einmal die Maxi-Cosi Halterung, die ich nicht verwendet habe, weil wir kein kleines Baby haben, und diese Plane. Und auf die ist Lovins sehr stolz und das auch zu Recht, weil die ist wirklich cool. Dadurch bekommen die Kinder so ein Roadster-Feeling und die Beine und der untere Körper bleibt trotzdem warm. Das hat mir sehr gut gefallen und den Kindern auch. Was den Kindern nicht so gut gefallen hat, als wir wirklich mal in Regen gekommen sind und sie dann da vorne drin saßen und das komplette Gesicht nass wurde, es war kalt, es war nass. Da hätte uns einfach das hohe Verdeck besser gefallen, das allerdings für diesen Test nicht zur Verfügung stand. Dieses Regenverdeck hat hier einige coole Details mit diesen Reflektoren und auch hier, dass das so nach oben gezogen wird, damit sich keine größeren Pfützen bilden. Wenn es mal am Tag und wenn das Rad steht, regnet. Wenn es allerdings stärker regnen sollte, dann könnte es hier schon sein, dass die sich irgendwann so ein bisschen dehnt und dann hier so eine Wasserpfütze entsteht. Die muss man dann halt vorher, bevor man losfährt, einmal abschütteln. Auch die Reißverschlüsse, die halten gut dicht. Da kamen keine größeren Mengen Wasser rein und selbst wenn hier Wasser reinkommen sollte, dann ist der Innenraum so gestaltet, dass er sich einfach abwischen lässt. Hi, Ergänzungstilmann hier mit einer Ergänzung. Hier lässt sich das natürlich an der Seite richtig gut öffnen, aber das ist im Wesentlichen für den Transport von Kindern gedacht. Rucksäcke oder ähnliches muss man hier immer so ein bisschen rein quetschen und die Kinder können mit montierter Plane auch nicht selbstständig in die Box einsteigen. Das ist ein bisschen unpraktisch, man muss sie also immer reinheben. Und es gibt noch einiges weiteres Zubehör, um noch mehr Kinder mitzunehmen mit der Maxi-Cosi Halterung, wie gesagt mit der zweiten Sitzbank und dem Gepäckträger etc. Was es allerdings nicht gibt, ist irgendeine Möglichkeit, um den doch begrenzten Innenraum in der Box etwas besser aufzuteilen. Also irgendwelche Netze oder eine Laderaumabtrennung, das wäre noch ein sinnvolles Extra. Da werden noch so kleine Netze oder Taschen an der Rückseite der Box spannt, damit man irgendwie vom Sattel schnell an solche Dinge rankommen kann. Insgesamt entspricht das Zubehör aber dem, was es auch von anderen Lastenradherstellern gibt und ist auch dementsprechend fair eingepreist. Der vorletzte Punkt in der Radl bei der Bewertungsmatrix ist Parken und Rangieren. Und man kann dieses Rad sehr einfach vom Ständer nehmen. Und bei der Seilzuglenkung ist es so, dass die nicht ganz so weit sich einschlagen lässt, wie das bei anderen Seilzuglenkungen der Fall ist. Aber es lässt sich so weit einschlagen, dass man wirklich in den meisten Fällen wirklich auch enge Räume gut befahren kann und in engen Räumen gut rangieren kann. Also ich kann dir das mal zeigen, wie das hier aussieht. Und was halt auch auffällt, dieser ganze Vorgang, der lässt sich mit einer Hand erledigen. Also selbst wenn Kinder hier vorne drin sitzen, dann wirkt das Rad durch diese leichte Lenkung und durch diese Lenkerposition sehr einfach zu rangieren. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Also es lässt sich leicht rangieren, auch mit Beladung drin, auch mit Kindern drin, weil die Lenkung einfach sich sehr leicht bewegen lässt. Und wenn man das Rad dann auf den Ständer stellen möchte, dann ist der sehr gut erreichbar hier neben der Box. Und das Rad lässt sich mit einem einfachen Fußtritt aufstellen. Die Aufstandsfläche ist dann auch sehr groß, ist so ein bisschen angewinkelt, sodass man auch nicht in irgendwelche Fugen so leicht reinkommt. Das ist insgesamt sehr schlau gemacht und das ganze, dieser gesamte Stand ist auch etwa genauso breit wie dieses Fahrrad mit knapp 70 Zentimetern auf der Außenseite. Das ist also auch breit genug, damit das Rad sich wirklich nur sehr schwer kippen lässt. Und wenn man dann den Platz gefunden hat, wo man es anschließen möchte, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Auf der einen Seite hier das Speichenschloss mit der Einsteckkette, das ist so die klassische Methode, um so ein Lastenrad anzuschließen. Allerdings kann man auch hier, wenn man die Folie nicht montiert hat, hier ein Schloss durchziehen. Und ansonsten ließe sich natürlich auch noch hier ein Schloss durch die Speichen ziehen und auch hier ließe sich ein Schloss herumschlingen. Das kann man auch nicht einfach so abnehmen. Also parken und rangieren ist mit dem Lovins Explorer überhaupt kein Problem. Und jetzt geht es zum letzten Punkt der Radelbandbewertungsmatrix und das ist der Punkt Sicherheit. Das Lovins Explorer lässt sich nach ein bisschen Eingewöhnung sicher bewegen. Man muss sich erst an die Sitzposition gewöhnen, wenn man normale Fahrräder gewöhnt ist, wenn man Hollandräder gewöhnt ist, dann gelingt auch das sehr einfach. Und an die sehr direkte und zackige Lenkung, aber das auch eigentlich nur dann, wenn man schon andere Lastenräder gewöhnt ist. Die Sitzposition ist sehr schön aufrechter und man hat einen sehr guten Überblick über den Verkehr. Man sitzt sehr ermüdungsfrei und auch die Arme müssen sich nicht irgendwo aufstützen oder gegenlehnen, sodass der ganze Körper entspannt sein kann während der Fahrt. Also das hat mir insgesamt gut gefallen. Die Sicherheit, die Fahrsicherheit, die ist bei diesem Rad definitiv gegeben. Auch die Bremsen, wie ich das vorhin erwähnt habe, die haben einmal einen guten Druckpunkt, haben einen Bremsweg, der insgesamt angenehm kurz ist mit knapp um und bei drei Metern. Auf jeden Fall kann man immer sehr gut von vornherein einschätzen, wann das Rad zum Stehen kommt, wenn ich an Punkt A oder B bremse. Dank dieser Federung und auch wenn das Rad hier vorne relativ leicht ist, hat das Vorderrad immer einen guten Grip. Ich hatte hier nicht einmal das Gefühl, irgendwie leicht weg zu rutschen. Und das ist wirklich außergewöhnlich bei dieser doch sehr nach hinten verlagerten Sitzposition. Die Beleuchtung ist insgesamt okay. Der Scheinwerfer ist ziemlich hell, hat aber ein sehr schmales Leuchtbild und ist an den Rändern auch so ein bisschen ausgefranst. Also für den städtischen Einsatz reicht es, wenn ihr häufiger in unbeleuchteten Gegenfahrt, würde ich aber definitiv die Nachrüstung eines Scheinwerfers empfehlen, der ein deutlich breiteres Leuchtbild hat. Die Rückleuchte ist von allen Seiten gut sichtbar, ist sehr schön breit und hell. Das hat mir richtig gut gefallen. Es gibt allerdings kein Fernlicht und auch kein Bremslicht bei dem Lovance Explorer. Bei den Reflektoren ist es so, dass alles da ist, was die STVZO fordert und dann zusätzlich hier bei diesem Cover haben wir diese großen Reflektorstreifen an der Seite. Die geben ein richtig gutes Leuchtbild ab. Das kann man von der Seite in der Nacht richtig gut erkennen. Was ich definitiv für die passive Sicherheit mitbestellen würde, ist dieser LED-Tagfahrlichtstreifen, weil der macht das Rad zu einem richtigen Hingucker. Nicht nur bei Nacht, auch bei Tag erhöht er die Sicherheit. Wenn man durch Sonne, Schatten, Sonne, Schatten fährt, dann ist dieser Leuchtstreifen immer sehr gut zu sehen. Und der sieht einfach mega cool aus. Bei der Sicherheit für die kleinen Passagiere merkt man, dass dieses Rad in einem Land entwickelt wurde, das eine sehr gute Fahrradinfrastruktur hat. Denn wir haben eine niedrige Seitenlinie, eine niedrige Schulterlinie, keine Kopfstützen. Das heißt, die Arme der Kinder können einfach aus dem Rad rausgucken, die können damit rumwedeln, was ja per se kein Problem ist. Nur dann, wenn das Rad wirklich mal umfallen sollte oder in einen Unfall geraten sollte, dann könnte das schon zu einem Problem werden. Wir haben hier allerdings schon diesen Rahmen, der sehr stabil ist und wir haben dieses EPP, also dieses stoßabsorbierende Material, das hier auch bis nach oben gezogen wurde, um die Schultern und Arme der Kinder nochmal etwas zu schützen. Ich würde mir allerdings schon wünschen, dass hier etwas höhere Kopfstützen oder ähnliches montiert werden, damit eben, wenn man mal stark bremsen muss, der Kopf der Kinder nicht nach hinten fällt. Und das wäre auch eine relativ einfache Ergänzung. Was mir allerdings gut gefallen hat, dieser Dreipunktgurt, der hier vorne sich so verklipsen lässt. Dadurch haben die Kinder wirklich die ganze Zeit gut im Gurt gesessen. Das habe ich bei einigen anderen Rädern auch schon anders erlebt. Also von der aktiven und passiven Sicherheit ist es schon in Ordnung. Bei der Sicherheit für die Kinder muss man das aber für sich selber einmal bewerten und die eigenen Kinder einmal reinsetzen und gucken, wie die da auch während der Fahrt drin sitzen. Das ist die Radlbahnbewertung für das Low Vance Explorer. Aber für wen ist dieses Bike jetzt am besten geeignet? Es ist für Familien mit bis zu drei Kindern geeignet, die in einer Gegend leben, wo es eine gute Fahrradinfrastruktur gibt und die auf diese aufrechte SIS-Position stehen, die gerne diesen Überblick über den Verkehr haben und die nach einer guten Alternative zu einem Urban Arrow suchen. Allerdings muss man sich auch klar sein, dass hier die Box größer aussieht, als sie tatsächlich im Innenraum ist. Hier ist einiges an Platz für das Design verschenkt worden. Allerdings ist es wahrscheinlich für die meisten Zwecke ausreichend. Ich würde aber definitiv empfehlen, einen Gepäckträger mitzubestellen, damit man eben den nutzbaren Platz nochmal besser nutzen kann. Das Low Vance Explorer ist im Endeffekt wie ein englischer Roadster. Etwas eng, etwas unpraktisch, aber dafür richtig spaßig zu fahren und ein echter Hingucker. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was ist eure Meinung zu diesem Fahrrad? Seid ihr schon mal Probe gefahren? Habt ihr vielleicht einen Low Vance Explorer euch gekauft? Und wie kommt ihr damit klar? Würdet ihr meiner Bewertung zustimmen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbanne das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.